Horoskop für heute, Löwe, 25. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Heute ist ein Tag für mutige Schritte und strahlenden Selbstausdruck, Löwe. Die Sonne, Ihr Herrscherplanet erfüllt Ihr Horoskop mit Wärme und Vitalität, sodass Sie sich selbstbewusst und bereit fühlen, die Welt zu erobern. Dies ist ein perfekter Tag, um ins Rampenlicht zu treten, Ihre Ideen zu teilen und Ihren Leidenschaften mit Begeisterung nachzugehen. Ihr natürliches Charisma wird andere zu Ihnen ziehen, was Zusammenarbeit und Networking besonders fruchtbar macht. Auch wenn Sie voller Energie sind, achten Sie darauf, ein Gleichgewicht zwischen Führung und Zuhören zu finden. Andere erwarten vielleicht von Ihnen Führung, aber denken Sie daran, dass effektive Führung auch die Wertschätzung unterschiedlicher Perspektiven beinhaltet. Bleiben Sie bescheiden und aufgeschlossen, dann werden Ihre Bemühungen noch mehr Wirkung zeigen. Die Sterne ermutigen Sie auch, über Ihre langfristigen Ziele nachzudenken. Nutzen Sie den heutigen Schwung, um Ihre Handlungen an Ihren Bestrebungen auszurichten und sicherzustellen, dass Sie mit jedem Schritt Ihren Träumen mehr kommen. Karriere und Finanzen. In Ihrem Berufsleben stehen Sie im Rampenlicht, Löwe. Egal, ob Sie eine Idee präsentieren, ein Team leiten oder eine neue Chance verfolgen, Ihr Selbstvertrauen und Ihre Kreativität werden durchscheinen. Andere werden von Ihrer Vision angezogen, was diesen Tag zu einem idealen Tag macht, um Projekte vorzustellen oder Unterstützung für Ihre Bemühungen zu suchen. Wenn Sie auf den richtigen Moment gewartet haben, um eine Beförderung zu beantragen oder mehr Verantwortung zu übernehmen, ist heute der Tag dafür. Ihre harte Arbeit und Entschlossenheit werden nicht unbemerkt bleiben und die Sterne begünstigen mutige, aber durchdachte Handlungen. In finanzieller Hinsicht ist der heutige Tag gut für kluge Entscheidungen. Auch wenn Sie vielleicht versucht sind, sich Luxus zu gönnen, sollten Sie Investitionen priorisieren, die Ihren langfristigen Zielen entsprechen. Wenn Sie an Verhandlungen oder Geschäftsabschlüssen beteiligt sind, werden Ihre Überzeugungsfähigkeiten zu Ihren Gunsten wirken, aber lesen Sie unbedingt das Kleingedruckte, bevor Sie sich festlegen. Beziehungen und Liebe Ihr Liebesleben strahlt heute, Löwe, denn die Energie der Sonne verstärkt Ihren Charme und Ihre Anziehungskraft. Für diejenigen in einer Beziehung ist dies ein wunderbarer Tag, um Ihre Verbindung zu Ihrem Partner zu vertiefen. Planen Sie etwas Aufregendes und Herzliches, sei es ein Überraschungsdate oder ein bedeutungsvolles Gespräch. Ihre Bemühungen werden Sie einander näher bringen. Alleinstehende Löwen erregen wahrscheinlich ohne es überhaupt zu versuchen die Aufmerksamkeit. Ihr natürliches Selbstvertrauen und Ihre Wärme machen Sie unwiderstehlich. Seien Sie also nicht überrascht, wenn jemand Neues in Ihren Band zieht. Vertrauen Sie Ihrem Instinkt, wenn es darum geht, potenzielle Verbindungen zu erkunden und denken Sie daran, sich selbst treu zu bleiben. Auch Familie und Freundschaften gedeihen unter den Energien des heutigen Tages. Nutzen Sie diese Zeit, um wieder Kontakt zu Ihren Lieben aufzunehmen, bieten Sie Unterstützung an, wo sie benötigt wird und teilen Sie Ihre Freude mit den Menschen, die Ihnen am wichtigsten sind. Ihre positive Einstellung wird ansteckend sein und die Stimmung aller um Sie herumheben. Gesundheit und Wellness Ihre Vitalität ist heute so hoch wie nie zuvor. Daher ist es ein großartiger Tag, um sich auf körperliche Aktivität und allgemeines Wohlbefinden zu konzentrieren. Konzentrieren Sie Ihre Energie auf Aktivitäten, die Ihnen ein starkes und kraftvolles Gefühl geben, sei es ein Besuch im Fitnessstudio, eine Laufrunde oder das Ausprobieren eines neuen Fitnesskurses. Auch wenn Sie körperlich über viel Energie verfügen, sollten Sie diese mit Momenten der Ruhe und Entspannung ausgleichen. Überanstrengung kann zu Burnout führen. Hören Sie also auf Ihren Körper und gönnen Sie sich Zeit, um neue Kraft zu tanken. Achtsamkeitsübungen wie Meditation oder tiefes Atmen können Ihnen dabei helfen, auch in Ihrem arbeitsreichen Alltag zentriert zu bleiben. Emotional gesehen ist Ihr Selbstvertrauen enorm gestiegen, aber achten Sie darauf, auf dem Boden zu bleiben. Erkennen Sie Ihre Erfolge an, bleiben Sie dabei aber bescheiden und zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen, wenn Sie sich überfordert fühlen. Spirituelles Wachstum Spirituell gesehen geht es heute darum, Ihr inneres Licht zu erkennen und anzunehmen. Das Universum erinnert Sie an Ihre einzigartigen Gaben und ermutigt Sie, diese mit der Welt zu teilen. Nehmen Sie sich Zeit, darüber nachzudenken, was Ihnen das Gefühl gibt, wirklich lebendig und im Einklang mit Ihrem Ziel zu sein. Die Sterne deuten auch darauf hin, dass Großzügigkeit und Freundlichkeit Ihr spirituelles Wachstum fördern werden. Ob Sie eine helfende Hand anbieten, Ihr Wissen teilen oder einfach nur Positivität verbreiten, Ihre Handlungen werden Wellen positiver Energie erzeugen, die auf unerwartete Weise zu Ihnen zurückkehren. Tipps für heute Machen Sie mutige Schritte in Richtung Ihrer Ziele, aber bleiben Sie bescheiden und offen für Feedback. Nutzen Sie Ihr natürliches Charisma, um persönliche und berufliche Verbindungen zu stärken. Gleichen Sie anstrengende Aktivitäten mit Momenten der Ruhe und Selbstvorsorge aus. Vertrauen Sie sowohl in romantischen als auch in beruflichen Belangen auf Ihren Instinkt. Feiern Sie Ihre Erfolge, während Sie Ihre größere Vision im Auge behalten. Glücksfarben, Gold, Orange und leuchtendes Rot. Glückszahlen, 1, 10, 19, 28. Affirmation des Tages, ich strahle Selbstvertrauen aus und richte mein Handeln auf mein höchstes Ziel aus. Heute ist Ihr Tag, um zu glänzen, Löwe. Indem Sie Ihre natürlichen Führungsqualitäten nutzen und Ihren Leidenschaften treu bleiben, werden Sie die Menschen um Sie herum inspirieren und Ihren Träumen große Schritte näher kommen. Vertrauen Sie auf Ihre Kraft und lassen Sie sich von Ihrem Licht den Weg weisen, der Ihnen zu großem bestimmt ist. Täglicher Planetenüberblick In der heutigen kosmischen Energie dreht sich alles um Sie, Ihre Wünsche, Ihre Ambitionen und Ihren Weg zur Erfüllung. Mars im kühnen Löwen bildet ein Treigen mit dem aufsteigenden Mondknoten im mutigen Widder und ein Sextil mit dem absteigenden Mondknoten in der harmonischen Waage. Die Sterne drängen Sie dazu, Ihre Bedürfnisse anzunehmen und sich auf das Leben zu konzentrieren, das Sie sich wünschen. Dabei geht es nicht um Selbstsucht im negativen Sinne, sondern darum, Ihr Wohlbefinden an erste Stelle zu setzen und Ihre Träume kompromisslos zu verfolgen. Haben Sie sich schon einmal hin- und hergerissen Gefühl zwischen dem, was andere von Ihnen erwarten, und dem, was Ihr Herz wirklich zum Singen bringt? Heute geben Ihnen die Sterne die Erlaubnis, äußeren Druck loszulassen und sich auf Ihre eigenen Wünsche zu konzentrieren. Zu Beginn des Tages sind Sie vielleicht damit beschäftigt, die Erwartungen anderer zu erfüllen, aber im Laufe des Tages werden Sie eine Veränderung bemerken, einen starken Drang, sich selbst an die erste Stelle zu setzen. Es ist nicht egoistisch, Ihrem Glück Priorität einzuräumen, es ist notwendig. Denken Sie darüber nach, wenn Sie erfüllt und erfolgreich sind, können Sie sich besser für die Menschen um Sie herum einsetzen. Welches Ziel oder welchen Traum haben Sie aus Angst oder aus Pflichtgefühl aufgeschoben? Vielleicht fühlen Sie sich heute zu jemandem hingezogen, vielleicht unerwartet. Unabhängig davon, ob diese Person verfügbar ist oder nicht, ist es wichtig, vorsichtig vorzugehen. Anziehung kann aufregend sein, aber sie ist auch eine Erinnerung daran, über Ihre tieferen Bedürfnisse nachzudenken. Sehnen Sie sich nach Verbindung, Abenteuer oder Bestätigung? Diese Gefühle können Ihnen helfen, besser zu verstehen, was Sie sich in Ihren Beziehungen wirklich wünschen. Mit all dieser feurigen Maßenergie, die Ihre Ambitionen antreibt, kann es verlockend sein, alles auf einmal in Angriff zu nehmen. Aber seien wir ehrlich, wenn Sie versuchen, zu viel zu tun, können Sie und Ihre Mitmenschen sich überfordert fühlen. Wenn Sie mehrere Verpflichtungen unter einen Hut bringen müssen, ermutigt Sie die heutige Konstellation, innezuhalten, neu zu bewerten und realistischere Erwartungen zu setzen. Denken Sie daran, langsamer zu werden ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine Strategie für langfristigen Erfolg. Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie tatsächlich weitergekommen sind, weil Sie einen Schritt zurück gemacht haben. Was haben Sie gelernt? Teilen Sie Ihre Weisheit mit uns. Wir alle könnten eine Erinnerung daran gebrauchen, uns selbst zu zügeln. Wenn Sie über eine finanzielle Maßnahme nachgedacht haben, sei es die Investition Ihrer Ersparnisse, die Gründung eines neuen Unternehmens oder einfach nur die Verwöhnung mit etwas Sinnvollem, ist heute ein ausgezeichneter Tag, um aktiv zu werden. Die Energie zwischen Venus und Saturn fördert praktische, aber inspirierte Entscheidungen, und die Menschen um sie herum werden Ihnen wahrscheinlich ehrliche und vertrauenswürdige Ratschläge geben. Die Ausrichtung des Mars auf den Nordknoten öffnet auch die Tür zum Knüpfen neuer Kontakte. Ob durch ein gemeinsames Hobby, eine spontane Begegnung oder ein tiefgründiges Gespräch die Energie des heutigen Tages unterstützt den Aufbau von Beziehungen, die ein Leben lang halten können. Vielleicht entdecken Sie bei diesen Interaktionen sogar einen kreativen Funken, vielleicht eine Zusammenarbeit oder eine neue Projektidee. Haben Sie schon einmal jemanden getroffen, bei dem Sie sofort das Gefühl hatten, in Ihr Leben zu gehören? Erzählen Sie uns von dieser Verbindung. Es ist immer wieder erbaulich, Geschichten über glückliche Zufälle zu hören und darüber, wie das Universum die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammenbringt. Obwohl der heutige Tag voller Gelegenheiten ist, sich auf sich selbst zu konzentrieren, sollten Sie daran denken, Ambitionen mit Reflexion in Einklang zu bringen. Der Südknoten in der Waage erinnert uns daran, dass Harmonie der Schlüssel ist. Vermeiden Sie impulsives Handeln oder die Jagd nach Anerkennung auf Kosten der Gefühle anderer. Nehmen Sie sich stattdessen einen Moment Zeit, um Ihren inneren Kompass zu überprüfen. Heute erinnern wir Sie daran, dass es nicht nur in Ordnung, sondern sogar unerlässlich ist, sich selbst an die erste Stelle zu setzen. Indem Sie sich auf Ihre Ambitionen konzentrieren, Ihre Beziehungen vertiefen und wohlüberlegte Entscheidungen treffen, legen Sie den Grundstein für eine bessere und erfülltiere Zukunft. Worauf möchten Sie sich heute konzentrieren? Ob es ein persönliches Ziel, ein kreatives Projekt oder einfach die Wiederaufnahme des Kontakts mit jemandem ist, den Sie lieben, teilen Sie es uns in den Kommentaren mit. Lassen Sie uns einander dazu inspirieren, unsere Kraft zu nutzen und das Beste aus dieser unglaublichen Energie zu machen.